Zwar nur kleinräumige, jedoch sehr heftige und vor allen Dingen sehr blitzintensive Gewitter haben am Samstagabend in Teilen Baden-Württembergs gebütet. Ein Schwerpunkt der Unwetter lag im Nordschwarzwald in der Region zwischen Karlsruhe und Baden-Baden, wo diese Aufnahmen des Blitzfeuerwerks aus Gernsheim in Richtung Westen entstanden sind. Zu diesem Zeitpunkt wütete das Unwetter rund 20 Kilometer weiter im Westen über Iffezheim nahe Raststadt, wo ein Open-Air-Konzert der legendären Band Kiss wegen Blitzschlaggefahr und Starkregen abgebrochen werden musste.